Guten Tag, ich heiße Lisa Schmidt. Ich komme aus Deutschland. Jetzt wohne ich in Mannheim und ich bin 55 Jahre alt. Als ich 23 Jahre Jahre war, verheiratete ich einen deutschen Mann. Nach vier Jahren beschlossen mein Mann und ich, adoptieren ein Mädchen aus Indien. In jenen Tagen waren Mädchen in Indien nicht sehr willkommen. Die Adoptieren zu beantragen war nicht schwer. Als ich Anwältin bin. Jetzt ist sie Wissenschaftlerin. Sie forscht im Bereich Krypt. Sie hat zwei Kinder. Und wir sind sehr glücklich und stolz, sie zu haben. Ich möchte Deutsch sein, weil wir haben Disziplin. Ich glaube, das ist der Hauptgrund für Erfolg. Als Deutsche, ich mag Menschen aus dem Ausland, weil so lange sie mich nicht bedrohen. Und diese Rucksäcke ist ein Geschenk von meiner Schwester. Ich habe diese von Iran gebracht. Okay. I haveiseite. Vielen Dank.